Guck, morgen Jungs und andere, die gerne schöne Rehe beobachten und nichts passiert. Es ist fünf Jahre her seit dem Ausbruch. Viele, die ich kannte, sind leider durch diese gnadenlose Welt von uns gegangen. Es ist also meine Aufgabe als Leiter, meine Gruppe von Behinderten zu führen, damit sie in dieser Welt überleben können. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr danach gerne ein Like und ein Abo dalassen und ansonsten kommentiert doch mal, in einer Zombie-Apokalypse ist alles erlaubt, um zu zeigen, dass ihr widerlich seid. Entschuldigung, den hab ich wohl übersehen. Jungs, pfeifen. Die haben unnötig viele Channels, also unnötig viele, warte mal, ich kann's ja mal zeigen. Unnötig viele Channels. Wozu braucht man acht Support Channels? Vielleicht ist dieser Zombie-Server ja aus irgendwelchen dubiosen Gründen besser. Probieren wir's mal aus. Die sollten mich zwar kennen oder erkennen, aber vielleicht denken die auch, ich bin Fake oder so. Ich glaube, das sag ich das allererste Mal, aber ich feier die Musik. Es ist so ruhig, aber es passt zur Atmosphäre so, es ist so Zombie-Ding. Wenn ich in der Zombie-Apokalypse wäre, würde ich nur solche Lieder hören, so ruhige. Nice, ich hab einen Haufen Shit erhalten, von denen ich keine Ahnung hab. Wenn ich schon die Möglichkeit hab, mach mich ein bisschen halt. Oh, scheiße, ja, da fühl ich mich Zombie-Apokalypsig. Ich mach ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Moin. Moin. Ich will ein bisschen, keine Ahnung. Zombies abschlagen. Zombies weg. Ganz genau, Kollege. Du weißt, vor allem die weiblichen Zombies, oder? Wenn der Gab noch hängt, ne? Was zum Fake ist das? Was soll ich? Werkbanken. Nein, mein Kollege ist weg und ich weiß nicht, was ich Werkbanken soll. Vielleicht geht's hier raus. Du hast nicht alle Gegenstände in dem Inventar. Gott, dammit, dann setz mir doch nicht bei mir, brauchst du Hilfe, ein ganzes Guidebook vor die Tür. Ohne Bilder! Dann lass ich mal die Werkbank öffnen. Das bringt noch einen Schlüssel, oder? Let's go! Das ist ja quasi wie Einreise. Zwing dich das ganze Ding durch zu klicken. Okay. Also ich bin im allgemeinen Regelwerk. Und wo ist der Pin? Ich werde hier geistig behindert. Ah, ich hab die vierstellige Nummer. 9895. Jungs, wir haben heute den 11.06. Wenn ihr einen Code braucht, ja? Es ist 9895 bei diesem Server, ja? Damit ihr den nicht suchen müsst. Das hat mich gerade eben so viel Willenskraft gekostet, dass ich actually einfach jeden Troller hier rauflasse, ohne dass er das Regelwerk lesen muss. Okay, der Prolog wurde gestartet. Was bringt mir jetzt meine scheiß Prolog-Startung? Ich komme ja nicht mal vorbei. Da ist doch schon das Autozeichen. Give it to me! Give it to me! Give it to me! Ah! Das ergibt natürlich sehr viel mehr Sinn. Ah ja, mein Schlüssel wurde entfernt für das Auto. Ich bin außerhalb der sicheren Zone. Ab sofort ist es unsicher. Dann würde ich mal sagen... Oh, ist das eine Kuh? Achte auf deinen Fastiel, Digga. Pass zu. Das ist natürlich scheiße gelaufen. Achte auf deinen Fastiel, sagen sie. Also, ich meine, in einer postapokalyptischen Welt mit sowas auf den Straßen weiß ich nicht, ob dein Fastiel wirklich actually eigentlich so wichtig ist. Brrrr. Finde ich gut. Gibt es ja auch Baby-Zombies? So wie in Minecraft das Spiel? Ah, nee. Natürlich, die Rechte haben dir extra eine Rampe gemacht, damit man sich cool fühlt. Ist nicht so cool, wie man sich fühlt. Was geht? Alles gut bei dir? Ja, klar, und bei dir, ja. Ja, hier ist eine gefährliche Welt, was zur Hölle passiert hier? Ich weiß das nicht. Willst du mit? Ja, klar, wieso nicht? Ich habe sowieso gar nicht so viel vor. Ich würde sagen, du und ihr fährt mit einem Auto und wir drei zusammen mit meinem Auto. Okay, aber wenn du mir während des Fahren einschläfst, ja? Ne, ich schlafe nicht eins. So, jetzt wo jede Regeln ausgesetzt sind, Jungs, was haltet ihr da für ein bisschen Fleisch so? Hätten nichts dagegen mal zu probieren, ne? Ja, ich habe gehört, Crispy soll es wie Chicken schmecken, so wie alles andere. Jungs, ich glaube, ich kann bei euch nicht einsteigen. Soll ich dich tragen? Ja, würde gehen eventuell. Also, ich bin jetzt nicht der Leichteste. Ah, nee, hier kann ich das noch nicht. Ah, okay, dann fahre ich euch einfach hinterher. Ich hole mir meine eigene Karre. Weiß nicht, habe ich eine eigene Karre? Drum tanzen. Ich will nichts. Ich habe keine Karre. Ich hole mir erst meine Karre. Alles gut, Jungs. Äh, Mister, ich glaube, du kannst dir dein eigenes Auto irgendwo bauen. Bauen? Da kriege ich auch so eine Schrottkarre wie eure. Okay, alles klar. Du kannst dir auch ein Mini bauen. War es da hinten? Oder wo kann ich die bauen? Komm mal mit. Du kannst das hier bauen. Ah, ich sehe, ich sehe. Ah, ja, es beginnt. Ich glaube, ich habe meinen Reißverschluss geöffnet. Okay, dann muss ich erst mal den Yadro einfach in dieses Auto. Jetzt spritzt doch nicht so mit deinen Elektroschockern. Oh, ey. Oh, ja, das magst du für ein kleines Drecksauto. Jungs. Oh, sorry. Jungs, ich glaube, ich habe meine Karre. Du folgst mir. Ich folge dir einfach. Ah, das ist ein Mutant. Oh. Nice hit, nice hit. Das ist meine. Das ist meine. Nein. Ihr wollt mich doch genauso gehbehindert haben wie den Zombies hier. Nein, vor die Zombies, vor die Zombies. Ah, nein. Jungs, Hilfe. Oh, die Zombies. Oh, das war ein schöner Kinderhaken. Ey, die hatte schön Münzen. Ich bin reich. Lauf, es ist nicht nur meine Stärke, Jungs. Ich muss ganz kurz Splendage benutzen. Hast du gerade meine Freundin gebracht oder bist du mein Freund? Es kommt wohl jemand. Wir müssten das hier verteidigen. Mein Bruder liegt nämlich da dort. Wer war das? Schwein. Das waren die Zombies. Die widerlichen Schweine. Glaubst du, wenn wir sterben, wären wir auch so wie die? Ich denke mal schon, ne? Oh, pass auf. Da kommt auch noch eine Rolle. Ah, Frau. Ich habe Angst vor Frauen. Oh, was? She belonged to the streets. Was hatten die da so dabei? Münzen, Alter. Die Frau hat so ein bisschen Strichergeld mitgenommen. Ey, ich finde es so geil. Ab sofort, wenn ich anfange zu laufen, wäre ich die Toy Story Figur. Pass, Andy kommt. Warum fällst du die ganze Zeit um? Ich glaube, ihr habt mich behindert gefahren. Ich gucke mal über dich rüber, ja? Oh, oh, oh. Das ist eine aktive Blut. Was, kommt ein Arzt? Ja, ich glaube für mich ist er. Doktor. Okay, ich kann mich gerade aber nicht um euch kümmern. Da kommt so ein scheiß Vieh wieder. Nur weil der den längsten hat. Scheiß Vieh, stech ihn ab. Hol ihn dir. Komm. Das ist Bob Ross, ich kriege ihn nicht. Hol ihn dir. Wird er es schaffen, Doktor? Kann ich Ihnen noch nicht sagen. Könntet ihr, wenn ihr hier oben seid, die Hammer und Äxte wegpackt. Den einzigen Hammer, den habe ich schon in meiner Hose. Definitiv die falsche Ansprüche, Vater. Wird er denn für sowas? Ach, wir sind in harten Zeiten. Da ist das in Ordnung. Nein, das ist nicht. Ich bin verlobt. Danke. Haben Sie jetzt auch ein Pflaster für meinen Aua, Bubu? Warten wir ab, dass euer Kollege wieder steht? Ja, das er schafft das. Das ist eine riesige Fleischplatsche. Ich kann das mit euch Freshies nicht mehr, ey. Fresh, ey. 21, alles easy. Entspannt euch. Er schafft's, er schafft's. Er schafft's. Ich wusste, es ist eine riesige Flöte, hält ihn einfach am Leben. Ich kann das mit euch eigentlich nicht mehr. So, dann schaue ich euch dich mal an. Okay, du hast eine Prellung, da kann ich die gerade nicht... Ja, alles gut. Ja, die Prellung war ich, sorry. Ah, nicht schlimm, Mensch. Äh, bleib doch. Sorry, sorry. Mein Gleichgewicht hält sich nicht so einfach. Übergewichtig auf der einen Seite und ein bisschen zu dünn auf der anderen. Fall auseinander. Innerlich sowie äußerlich. Ich brauche psychologische Hilfe. Glaubst du, wir finden in diesem Zeitleiter noch einen Psychologen? Nee, ich bin orthopädische Chirurgin, sorry. Gibt's noch andere wie sie? Ja, ich bin aber, glaub ich, soviel ich weiß, gibt es nicht sehr viele Single-Frauen auf dem Staat. Die traurige Wahrheit hittet die, muss zurück zu Plan B. Ja, oh man, steht wie ein Eins. Letztlich, sonst kriegst du gleich wieder oben, Alter. Er bumst den Wangen. Gebt mal über euren Demoskel-Slash-Promo-Code ein. Und dann? Gebt ihr das hier ein, was jetzt über meinem Kopf steht. Santos. Oh. Oh, ich hab'n nicht. Na, no way, hier gibt's einen Fang. Der haben schwere Schutzweste. Der haben, ich hab' markierte Scheine gewonnen. Denk ich eigentlich, die blonde Frau da unten mag mich? Ja, geh mal mit ihr kuscheln. Ja, die starb mich schon die ganze Zeit ziemlich hübsch an. Ja, ja, geh mal runter. Nein, 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 das war meine Sehnsatz, warte, sie schlug. Ich hatte Frau und Kind mit ihr haben können. Wegen ihnen krieg ich keine Alimente mehr. Oh, 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 oh. Du ekelhafter, jetzt blut ich auch noch. Er ist auch ekelhaft, er steckt seine Flöte irgendwo rein, wo es nicht reingehört. Ja, ja, stinkt, aber schmeckt. Die Frau hat sogar eine Küche to go. Das ist eine Luftung. Nein, nein, das ist ein Herd, darauf erhütze ich Wasser für Eier. Macht's am besten so, jagt durch Tiere, sammelt Plastik, baut durch über eine Stadt, safe zone. Safe, safe, hundertprozentig. Wasserflassen sind für Autobau. Haben die etwa da hinten Bikini an, weil die am Strand sind? Achten Zombies auf ihre Kleidung? Doch, die hat immer noch ein Bikini an. Ja, komm mal mit, kleiner Zombie. Scheiße, sind die langsam. Oh, komm, jetzt weiter. Noch ein Ultralangsam. Chill, chill, chill. Ja, ja, du schaffst das. Oh, fuck, die ist ein bisschen schnell. Ich hab ne Karen und ne Frau im Bikini mitgebracht. Oh, das ist wirklich doch gut. Wisst ihr, die Zombies, die sind einfach am Strand, die haben einfach Bikinis an. Hilfe, scheiße, dieser Zombie, stark, der ist ne zweifache Mutter. Oh, sorry, da hab ich ein Kind angegeben. Sorry, sorry. Nicht dein Ernst, du kleiner Pisser. Es tut mir so leid. In den Rücken, du kleine Kachbach. In den Hinterkopf sogar. Oh, mit Gratis-Animation. Ah, da kommt ein Weißer. Ah, ein Weißer. Nichts ist gefährlicher. Nein, ah, zwei Weißer. Ey, wir sollten hier weg, wir sollten hier weg, das schaffen wir nicht. Scheiße, die Karen will dich. Fick dich. Ah, nein. Nein, er hat mich getroffen und sie hat ihn getroffen. Das ist die einzig logische Möglichkeit. Also, er hatte echt beschissenes AIM mit seiner Axt hier, muss ich schon sagen. Herzrhythmus, keine Sorge, ich weiß, was er braucht. Ja, erlebt. Oh, du bist so ne geile Sau. Oh, nur für dich, Kollege. Das ist weg, komm rein. Ich mag die beiden. Und es tut mir so leid, weil ich werde sie so hintergehen. Ich hab eine Beziehung aufgebaut, erlebt und dann getrollt. Nein. Nein. Ah. Es wird mir so wert, schon wissen wir, muss ich das wirklich machen, Leute? Muss ich das wirklich machen? Ey, das Motorrad. He's mocking me. Let's go. Alright, Jungs. Leute, wir können eine Pistole bauen. Sorry. Au, du kleiner Bücher. Es tut mir so, glaube ich, nein, halt's mal. Jungs, ich gehe schon ziemlich lange mit euch und ich hab immer noch mein Menschenfleisch noch nicht bekommen. Ich weiß nicht, soll ich mir meine eigene Hand abpacken und essen oder was? Wieso willst du Menschenfleisch probieren? Warte mal, du willst kein Menschenfleisch probieren? Warum? Es ist Menschenfleisch. Eigentlich ist es selbst erklärend. Okay, dann hab ich schon probiert. Wie, das hast du schon probiert? Er hat schon mal die bekommen oder was? Ja, er hatte meine schon mal im Mund. Und jetzt? Er hat vor mir Menschenfleisch gegessen. Ich kann nicht, als würde das ein bisschen persönlich zunehmen, weißt du. Ich kann dich auch anfassen, wenn du möchtest. Ja, magst du mich essen oder was? Magst du mich komplett verzehren oder wie? Nein. Lass mal den Kauterisch da, he? Warte mal her, Baby. Ja, soll ich dir einen Schlauch geben, he? Ja, soll ich dir schnell einen Schlauch geben? Tut mir leid. Alles gut? Alles gut. Ich glaube, er atmet noch. Aber alles gut, jetzt können wir ihn verzehren. Komm, wir pumpen. Das darfst du nicht essen mit Essen. Okay, ich mach's nicht, ich mach's nicht. Wohin rennst du? Wir müssen ihn doch noch aufschneiden und essen, Kollege. Nein. Lass den Kauterisch und komm zu mir. Das will ich in Ruhe. Ich will, ich will... Ah, er will mich verzehren. Das will ich in Ruhe, du Pisser. Komm her, her, komm runter. Nein. Wow, what? Lass dein Bruder an. Du Pisser. Ey, diese Tillerie. Hat dir ein bisschen was von mir gegessen? War ich lecker? Ich sehe von dir. Den kleinen? Ja, den großen. Das war mein Lieblings-Tee, du Wichser. Ey, aber keine Sorge, ich hab den kleinen gegessen. Du Hund, ihr habt die äußeren, genau. Und jetzt fallen die anderen aufeinander. Ich komm jetzt auch. Hier ist Jody. Er wird da. Er wird da. Ich krieg die nicht. Oh, Mann. Ich werde diese Jungs allerdings nie wiedersehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, nicht gerne vergessen, ein Like oder ein Abo dazu lassen. Es war heute nicht ganz Trolling, ich gebe es zu. Es war irgendwie mehr RP-Funny-Moments-Server-Testen-Scheiß, würde ich sagen, ja. Nächstes Video wird wieder versprochen, aber hast du mehr Trolling, ja, ich verspreche es. Und ansonsten bin ich raus für heute. Ja, ich weiß nicht, was ich heute wieder mach. Bitte schreib mir, ich geb dir Arsch. Ja, ich weiß nicht, was ich wieder mach. Bitte schreib mir, ich geb dir Arsch. Ey, mein Dinger, du bist einfach fucking crazy. Bruder, wegen dir geh ich einfach lazy. Bruder, ich bin vorhin die Erfehlung-Babys. Und ich nenn sie einfach Kevin. Immer.